sag ich doch mein last ist ja terrible gerade was ist los hier brauchst du kein gold? nee, gold ist overrated ich glaube die game ist so ja, gerade noch nicht so gut hab leider ein bisschen geintet so, jetzt haben wir eine schöne Runde Akali geil, wir haben sie ich brauch jetzt ein gutes Game Chat ich brauch die Energie ich glaub wir brauchen ein Standard Akali, oder? oh, heute muss ich schnell gegen Vex spielen, Chat was hab ich verbrochen heute? so, ich stehe gerade 0-6-0 gegen Luns Kragers top, deine Meinung? weitermachen so, du kleine Wechs Captain Otta Uwo so, du kleiner Wechser so, du Wechser, ja ich hab mich ja mit einem WLAN-Clip mit Wechser oh, Fortnite war schon geil, ey ich hab mich ja Bock auf so einen geilen Fortnite-Hype kann man mit diesem Champion einfach eigentlich Fähigkeiten verfehlen? geht das? hä? warum hab ich euch keine E ab? ich hab zweimal Q geskillt boah, heute ist ja überhaupt nicht mein Tag naja, die killen wir gleich sag ich doch mein Last League ist ja terrible gerade was ist los hier? was ist kein Gold? nee Gold ist overrated good trade ich lande mit 6 jetzt schon in der Gnade aber kann man mich auch one-shoten, oder? okay wir sind CS das will ich's mal bekommen hier na gut na gut, na gut wenn du das so haben willst, Wechs dann killen wir dich gleich wieder boah, da hab ich auch echt nur scheiß Matchups, ey eine Top-Link-Hammer wird auch komplett kaputt gemacht ich weiß nicht, warum die Sheen rush gegen den Rumble mach Licht aus, mach Licht aus mach Licht aus okay not too bad not too bad ey, Action ja schon verkauft den Hiki und nicht so boah, ich hab mal eine ganze Wave bekommen es ist ja unglaublich Wunder geschehen noch, Leute den Rumble kill ich glaube ich, ne? ja den kill ich oh, die Aktion darf nicht sterben hast du noch einen Hiki? oh, den Hook not los ob irgendwas oh no ich hab ihn gekillt mit der Ehe dann hab ich's noch mit dem Weg bekommen oh, baut die Iceborne Gauntlet gegen den Rumble okay, ich bin nicht wuldig aber ich bin auch nicht wirklich mega strong, leider Ergstein ist gut dabei zur Seite ähm na gut fast recoil für ihn ich bin eigentlich ziemlich strong jetzt, ne? oh, das ist nicht gut was ist der Aktion? ich hab noch Ulti vielleicht rechnet den damit nicht Oh mein Gott Oh nee Oh wenn ich die Eder treffe ist sie tot Ich brauch hier noch ein bisschen Gold ne Die Rumble kann ich jederzeit one shotten das ist gut Vielleicht kann ich alle von denen one shotten Super squishy Ich überlege ob ich Dings baue Ich hole mir Banshees Bei denen ist eigentlich nur der Dingschlag Der Rumble Also mein Damage ist ja schon irgendwie frech oder nicht Ich freu mich schon auf meine FIFA Karriere mit Frank Rosin Das wird geil Chat Ich hab so viel Damage man Kann ich viel beim Manager mal gucken Nee Frank ist ein Neuner Frank köpft die Dinger da vorne rein Der lange Lachs So Karsten Janker ist das Frank ist ein 30er Das steht mich aus der Debatte Oder er ist so ein Innenverteidiger Der die Leute sind die ganze Zeit begrapscht Ich war dieses Jahr Jumbo Schreiner Und so ein Pro-Groups Team auf der Neuner Wurde aber sehr schnell gebencht Rip man Rip Nächste Saison ist deine Guck mal den Der Rumble ist nur 890 Gold wert Frank ist glaube ich so ein Antonio Rüdiger So ein Beißer Wisst ihr Schade Oh ich lebe wieder Cool ADC Gap Stabil kann er Die Leute sind so toxic Der lernt es aber auch nicht Oh Mann Da kommt ihr 300 Tanke Wann kommt FIFA raus Kommt das nicht diesen Monat schon? 2. Oktober Da wird Content alter Guck mal was Cool Der kommt da raus Der Seelchen Und Tschüss Oh mein Gott Ich wollte Ich dachte ich kann noch Vorbei bevor sie ultiert Irgendwann noch Fähigkeit benutzt Jetzt geben wir das Game hier einfach ohne mich Oder was Irgendwie frech oder nicht Der hat einfach gar kein Gold mehr wert Hat der nicht irgendwie 8-2 oder so Ein gutes Game Chat Let's go Ekliche Lane Phase Da waren wir nochmal gerettet dann am Ende Boah Ne nicht wirklich Neue Rhesus Ich hab Bock auf Elden Ring Noch weiter zu zocken Auf jeden Fall Da seh ich mich Big time Und hier Weil kommt auch so ein neues Souls-like raus Wie ist das? Scheiße Lords of the Fallen Das sah auch cool aus Yo Damage läuft WP Akali Legend Gold Gameplay Danke Mann Das war's ich mir auch mal